moin moin alle zusammen hier sind wir weitere episode bla 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 nein hier sind wir weitere episode metal gear solid 5 also wollen wir mal weiter back in action ich glaube sie haben mich gerade entdeckt deswegen mal gucken was jetzt noch passiert ich glaube nicht dass so viele leute noch im dorf sind dafür habe ich zu viel gemetzelt dann fangen wir mal an ich sollte vielleicht mal eine andere ach nee komm man mode nicht die Wir werden ihn verabschieden. Was ist das? ja entspann dich das sehe ich auch so Pryoso, Pryoso was ich eindeutig noch brauche in diesem Spiel ist ne Sniper ja ich bin so ein Mensch ich räume alles oh ich bin so ein Mensch das ist ein Typ eines Medizinales bringe es zurück zur Basis es sicherlich sein kann irgendwann Kf! 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 Okay. Ich habe nur noch eine Person auf dem Radar. Ich werde aber mal gucken, ob ich da noch ein, zwei Leute finden kann. Der ist ziemlich weit weg von mir. Das ist das dämliche Turret und hier ist, glaube ich, diese Hauptbasis. Also das Ding ist hier diese Hauptbasis. Zumindest gehe ich davon aus, dass es sie ist. Ich halte trotzdem noch mal Ausschau nach ein, zwei Wachen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen... Oh. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das jetzt alles war. Zumindest nicht hier in dem Bereich. Scheint aber doch alles gewesen zu sein. Oh. Oh. Das war's. Das war ein Kopfschuss, ne? Oh, nicht mal ein schlechter. Bei der Waffe... Alter, kannst du mal aufhören, dich rückwärts zu räumen? Ich will vorwärts. Also irgendwo laufen hier noch Sowjets rum. Die Frage ist nur, wo? Scheiße. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Wie schön es da jetzt mit einer Sniper wäre, ne? Einen nach dem anderen weg hier. Bam, bam. Hm. Hm. Erstmal schön sorgfältig alles spotten und dann fällt einem das doch gleich viel einfacher. Da ist noch einer. Hallo? Geht doch. Boah, alter. Hm. Ja, das wird ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Jetzt noch einmal rüber gucken. Gibt es hier noch irgendjemanden, der mir vielleicht gefährlich werden kann? Hier unten vielleicht irgendwo. So. Sieht nicht so aus. Ne, die Party ist ja auch groß genug, ne? Also. Und das ohne eine Sniper. Ich könnte kotzen. Oh Gott sei. Dann. Jetzt. Ich liebes. Ich liebes. Ich glaube, ich werde das Ganze nochmal von der Seite begutachten, bevor ich da wirklich reingehe. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das alle sind. Ich weiß ja nicht. Das ist mir zu... Extraction arrived at Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, spannender Moment gerade. Das ist immer toll bei den spannenden Momenten. Und ja, halbe Stunde ist rum, heißt, wir sind wieder durch für diese Folge, Däumchen dalassen, Abo dalassen, auf Twitch gehen, Montags bis Freitags, 21 Uhr, gerne followen, gerne zuschauen, gerne kommentieren und sonstiges. Ja, auf Wiedersehen. Es war so wunderschön. Bis zum nächsten Mal.